Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Hyrule Warriors Legends hier beim Link's Awakening DLC. Im letzten Part haben wir uns die Stufe 3 Stiefel von Lincoln geholt hier in dieser Mission und sie heißen tatsächlich Pegasus Stiefel, was auch gut so ist. Und sind mit denen dann auch schon ein bisschen abgegangen in einer weiteren Mission, ne gut abgegangen ist das falsche Wort, denn dort haben wir den Arang verschissen. Den ich auch noch nicht nachgeholt habe, wenn ich den mal irgendwann nachholen werde, werde ich uns das dann natürlich wieder sagen, aber nicht reinschneiden oder so, das mache ich offscreen. Auf jeden Fall, heute soll es weitergehen mit einem meiner Lieblingscharaktere, nicht. Nämlich Tingle darf wieder mal eine Mission spielen, yay. Und, ah guck mal, das hier, ja wir können ja ein Kostüm finden und das ist jetzt der erste Moment, ist hier gekommen auf der Kokolintkarte, wo der Kompass glücklich wird. Denn hier weiß ich nicht genau, ob ich jetzt diesen Felsen hochheben muss oder diesen hier, denn nur einer von beiden ist richtig. Und dafür brauche ich jetzt den Kompass zum ersten Mal, Halleluja. Dann zeig mal her, und es ist der rechte Felsen, alles gleich hin. Dann heben wir den mal hoch, so. Jetzt habe ich noch vier Kompasse übrig, die dürften uns auch normalerweise nicht ausgehen, weil so viele Orte gibt es ja hier auf der Kokolintkarte nicht, wo es irgendwie zwei Felsen gibt, wo ich mir da nicht sicher sein könnte, welchen ich hochheben muss. Also ich glaube nicht, dass die uns so schnell ausgehen dürfen. Dann eher dualieren, die werden uns eher ausgehen. Aber da kriegen wir auch wieder einen neuen hier in der Mission, glücklicherweise. Wir müssen auf jeden Fall die verbindeten Einheiten als erster retten, Stufe 1. Wir sollten Tingle nehmen, wir müssen nicht. Wir sollten aber wegen einem Herzcontainer und Skull to Last gibt es hier auch wieder und eben ein Kostüm für irgendwen. Vielleicht nicht für Tingle selber, vielleicht für irgendwen anders, kein Dunst. Auf jeden Fall, wo ist er denn? Hallöchen Tingle. Wie geht's, hat er eigentlich schon überhaupt ein Kostüm? Er hat noch gar keins auch. Ja, vielleicht kriegt er auch Tingle nie Kostüme, weiß nicht genau, keine Ahnung. Auf jeden Fall, er hat hier Materialbonus, ja. Will ich eine andere nehmen? Ist die Frage, will ich eine Stufe 2 Dingensis nehmen? Ja, hier hat er Nahrung plus immerhin. Will ich mal wieder den Bazaar vielleicht aufsuchen? Ähm, ich bin zu faul. Ich nehme einfach die hier mit Nahrung plus. Wie gesagt, Nahrung plus ist ja auch wirklich sehr, sehr cool. Also Nahrung plus mag ich ja fast genauso gerne wie Materialbonus. Materialbonus ist immer noch auf Platz 1 bei mir, aber Nahrung plus kommt ziemlich dicht dahinter. Und das ist auch eine stärkere Waffe, deswegen habe ich jetzt die genommen. Die hatte ja auch einen, in den anderen Zocker hatte die ja auch noch. Welchen nochmal? Ich glaube, starker Angriff oder sowas plus, aber ja gut. Den werde ich jetzt, von dem werde ich eher weniger gebrauchen, denn der starke Angriff von Tingle ist absolut beschissen. Das ist einer der schlechtesten starken Angriff im ganzen Spiel, aber der ist sogar negativ, weil ich dann nicht mehr ausweichen kann, wenn ich den einsetze. Das ist so dumm einfach nur. Auf jeden Fall. In der Südwestfestung können wir etwas finden. Genau. Und auch noch im Ostrosengarten und nur eine der beiden Thronen ist wichtig, ne? Ja, eine der beiden, weil es gab nur Herzcontainer. Ansonsten nichts hier zu finden. Es gibt auch keinen Schlüssel oder sowas. Und bei der zweiten Skullfiller müssen wir dann 1200 Feine besiegen. Alles klärchen. So. Dann los geht's. So. Und ich gehe gleich mal am besten auf die linke Seite, weil ich ja da eh auch eine Festung habe, die ich mir dann eventuell holen muss, weil ich dort vielleicht den Herzcontainer finden kann. Wir sind gewollt zusammen mit König Daphnis. Alles klar. Aber erstmal hier ein Vierer-Kombo raus. Und das ist ja die einzige Kombo von Tingle, die zu gebrauchen ist, wie ich finde. Alle anderen sind komplett beschissen. Einser, Zweier und Dreier-Kombo sind absoluter Müll, finde ich. Zumindest, wie gesagt, jeder hat andere Meinungen. Und die Vierer-Kombo, die ist ganz in Ordnung, finde ich. Also die ist echt ganz cool, weil die hat eine Mega-Reichweite und eine Mega-Stärke. Aber gegen einzelne Gegner ist die halt jetzt auch nicht wirklich zu gebrauchen. Gegen viele Gegner für Festungen ist die optimal. Also in Festungen kann Tingle ziemlich abgehen mit der Vierer-Kombo, ne? Aber gegen einzelne Gegner ist er total beschissen, finde ich. Und ja, wie gesagt, ich mag Tingle nicht ganz so gern. Habe ich ja schon häufig genug erwähnt. Naja. So, und ja, na, ist erstmal eineinhalb, äh, nicht eineinhalb, aber eineinhalb herzlichen Schaden genommen wegen dem Arsch hier, weil ich nicht mehr rechtzeitig ausweilen konnte. Ich mache offenbar den Gegnern auch nicht wirklich arg viel Schaden hier in der Mission, wie es scheint. Äh, denn, ja, wir haben sehen können, ein Spezialangriff reicht beim Festenskommandaten nicht mal aus, obwohl er schon geschwächt war. Obwohl ich Level 50 bin, was jetzt nicht mehr so mega wenig ist und ich sogar ja eine Stufe 2-Waffe genommen habe. Das war nur mit einem Stern, glaube ich, oder so, also 165-Angriff oder sowas. Ähm, aber dennoch, dass wir den Gegnern hier so wenig Schaden machen, das, äh, gibt mir ein wenig zu bedenken. Und, äh, ich weiß nicht ganz, das könnte, glaube ich, ein bisschen tricky werden hier. Ja, und da ist erstmal der Runia, na toll. Wie viel Schaden, oh Gott, ich bin doch ausgewichen, Mann, ey. Und dem, was zum, holy shit, wie viel Schaden macht der? Ich bin doch noch ausgewichen, auch mit, auch. Ja, die Zweierkomme macht mega viel Schaden von dem. Ich hab jetzt schon, ich hab jetzt schon 1900 einfach mal, nice, oder? Und ich kann da runter keinen Schaden machen. Okay, ja, jetzt geht's langsam los. Ja, die Mission hier, die ist jetzt ein bisschen sehr gestört, finde ich. Tatsächlich, weil hier mache ich den Gegnern gar keinen Schaden. Also bisher, weil die Kokolin-Karte echt mega sozial und die ganzen Missionen waren echt ziemlich einfach. Äh, aber die Mission hier, ähm, die hat's jetzt ziemlich, ziemlich in sich, finde ich. Denn wir können sehen, wie gesagt, ich mache den Gegnern null Schaden und ziehe mir aber extrem viel und ich muss mit Tingle spielen. Das macht das Ganze auch nicht einfacher. Ähm, deswegen, ich weiß gar nicht genau, wie ich jetzt überhaupt gegen diese fünf Hauptseite da vorgehen will. Sinnvollerweise, ach Gott, jetzt ist ja ein gestärkter Steinboss, bin dein Ernst, das kann nicht wahr sein. Was meinst du gegen den hier? Ja, Tingle ist viel zu langsam einfach. Der hält auch viel zu viel aus, den kann ich unmöglich umbringen, das würde viel zu lange dauern, bis der mal tot ist. Ich mache mal kurz einen Schwerpunkt angekommen, um es kurz zu testen, ne. Aber es wird jetzt gar keinen Schaden machen, so ungefähr. Bam. Und, äh, ja, gar keinen Schaden. Äh, jo, dann lasse ich das und werde den nicht besiegen, das ist mir, das soll mir viel zu lange, das ist mir viel zu blöd. Dann hole ich mir einfach lieber die Festung, weil eventuell kann ich ja hier eben in der Festung was finden. Aber, wie gesagt, wie ich diese fünf Hauptleute hier besiegen will, vor allem Darunia, äh, weil Darunia hat ja mega viel ausgehalten. Äh, ich hab keinen Blas und Dunst. Und, ja, nice, ich war in der Luft und konnte nichts machen und wurde von seiner Schussattacke getroffen, cool. Und schon 2600, ja, hier können wir, glaube ich, den Arang uns völlig abschminken, den muss ich dann nachholen mit einem anderen Charakter. Aber das kann ich hier mit Tingle, glaube ich, jetzt nicht schaffen, denn wir können sehen, ich nehme so extrem viel Schaden bei den Gegnern. Und, wie gesagt, ich mache ihnen absolut null Schaden hier mit Tingle, obwohl er, wie gesagt, auf Stufe 50 ist, was jetzt nicht mehr so wenig ist. Also, die meisten von euch, die die Kokolint-Karte gespielt haben, haben es auch schon viel höhere Level auf ihren ganzen Charakteren und auch viel bessere Waffen, wie Stufe 4 Waffen und sowas zum Beispiel. Und ich hab hier nur eine Stufe 2 Waffen mit einem Stern, ja, aber dennoch, das ist absolut gar kein Schaden, den ich den Gegnern machen kann. Und ich will mal kurz gucken, gegen wen ich hier noch alles kämpfen muss. Also, Darunia habe ich als Gegner und habe ich nochmal einen anderen, ja, natürlich, Volga ist, natürlich, Volga ist der Feldmarschall, klar, ist ja auch nur der schwierigste Gegner überhaupt im ganzen Spiel. Und Horkid ist auch mega nervig zu besiegen, den muss ich auch noch killen. Ja, das, äh, das wird dann Spaß werden. Also, ja, wie gesagt, den Arang, äh, den können wir uns, glaube ich, hier wirklich völlig abschminken. Ich bin mir wirklich sehr sicher, dass wir hier den Arang nicht bekommen werden in der Mission, weil ich das einfach nicht hinkriegen werde. Das kann ich mir, glaube ich, echt, das kann ich echt mehr abschminken. Das werde ich nicht hinkriegen, ziemlich sicher. So, aber mein Glück ist auf jeden Fall hier, dass der Feuerahrer einfach schon einiges an Schaden genommen hat durch meine eigenen Truppen. Das ist ganz cool, auf jeden Fall kann ich hier dann gegen den einfacher vorgehen und ihm schon, ihn dann relativ schnell besiegen, weil er eben schon mit einigen am Schaden hier in den Kampf reingegangen ist, quasi, wenn man so will. Sag mal, hier war doch Magierat, oder? Irgendwo habe ich die schon eingesammelt? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, schwach und der Angriff. Reicht das aus schon? Eh, 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 bam, das reicht aus, okay. Gut. So, hätten wir das geschafft, weil sie nicht eine Magieflasche, ja genau, hier war doch eine, wusste ich es doch. Her damit. So, denn auf jeden Fall werde ich dann, glaube ich, bei Darunia, weil ich gegen den kämpfen muss, da werde ich, glaube ich, auf jeden Fall von meiner Magie gebrauchen machen, also von meiner Feenmagie. Weil andernfalls dauert das viel zu lange, aber Horror-Kids nimmt auch nicht viel. Ja, ich habe jetzt gehofft, dass es, ach man ey, dass es für irgendwelchen Gründen Feuer gegen Horror-Kids sehr effektiv ist, weil Tingle hat ja das Feuerelement. Ähm, aber, ja, ist okay, aber offenbar nicht, der nimmt genauso wenig Schaden, wie auch schon da Runia gerade eben. Äh, Problem ist halt eben, dass Horror-Kid auch wirklich ein sehr, sehr nerviger Gegner ist, weil seine Kombo-Angriffe auch teilweise mega schnell rauskommt und den dann noch auszuweichen rechtzeitig ist auch nicht immer so einfach. Äh, jetzt will ich jetzt Fünfer-Kombo machen, okay. Moment. So, herkommen, schnell. Sondern das hier unten, ja, ich wollte ja Ausweich canceln immer, ne? Ja, genau, weil das reicht ja nicht aus, leider. Weil ich da zu langsam bin, äh, wenn ich die Eins-Kombo mache. Ja, das ist ja idiotisch. Aber jetzt mal ein zweites Mal, reicht's aber dafür dann aus. So. Wie viel zieht das ab? Und? Ja. Ja. Ja, nichts quasi. Nichts. Äh, ich will eigentlich ganz gerne ein bisschen, ich, ich, also eigentlich muss ich eigentlich, ich muss eigentlich darauf hoffen, dass ich jetzt hier bei, äh, bei Horror-Kit Magie einsetzen kann und bei Darunia dann aber gleich auch noch, weil gegen Horror-Kit vorzugehen ohne Magie, das schaffe ich nicht, das ist mir auch zu nervig und dauert zu lange, wir gehen Horror-Kit eigentlich hin. Da nach oben zu, zu meiner Flagge, wie auch wenn man da nicht sterben darf, keine Ahnung. Auf jeden Fall gegen Horror-Kit, das schaffe ich nicht vorzugehen ohne Feen-Magie und gegen Darunia aber erst recht nicht, deswegen ich muss auf jeden Fall dann gegen Darunia auch nochmal genügend Magie finden, um auch dann bei ihm Feen-Magie einsetzen zu können, weil ich das dann ansonsten gar nicht erst schaffe. Hei-ei-ei-ei-ei-ei-ei-ei-ei-ei, die Mission ist echt tricky, die ist sehr tricky. Wie sieht es denn mit dem Schaden schon aus? Ja, also wie gesagt, Arang, ähm, darauf, also eigentlich soll ich jetzt gar nicht mehr darauf setzen, weil ich mich ansonsten hier überanstrengel dann quasi und dann enttäuscht bin. Wenn es nichts wird, dann es wird eh nichts, weil das kann, das kann nicht knicken, ne? 800 Schaden, also nach zwei Herzen Schaden, wenn ich nehme, dann war es das schon. Und ich muss am Ende noch, wie gesagt, gegen Volga kämpfen. Das müssen wir immer noch im Hinterkopf behalten. Und dann am Ende, vor allem als Tingel, ne? Als Tingel am Ende gegen Volga zu kämpfen, ist die absolute Hölle, weil Tingel ist mega beschissen gegen einzelne Charaktere. Also ich, 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 also ich, äh, also im Prinzip würde ich sagen, glaube ich, wirklich sagen, dass in meinen Augen Tingel der schlechteste Charakter ist, wenn man gegen einzelne Gegner kämpfen muss. Gegen viele nicht, da gibt es vielleicht noch schlechtere, würde ich sagen, weil es ist ja in die 4-Kombus, ja echt ganz cool. Gegen viele Gegner, aber gegen einzelne Gegner ist, glaube ich, wirklich, finde ich, Tingel der aller Schlechteste von allen. Und dann am Ende auch noch gegen den Stärksten, überhaupt, finde ich, müssen wir kämpfen. Und gegen den Nervigsten, nämlich Volga. Wie zum Teufel soll das funktionieren? Ich habe keine Ahnung, wie ich das schaffen will, ehrlich gesagt. Deswegen, wie gesagt, ne, Arang können wir vergessen. Es wird, glaube ich, es wird, glaube ich, nicht einfach werden, Dimensionen überhaupt zu schaffen, als zu überleben. Damit übertreibe ich jetzt nicht, weil am Ende gegen Volga, der macht einem mega, äh, schnell mega viel Schaden. Und mit Tingel kann ich nichts, wie gesagt. Deswegen, das wird da echt in der Hinsicht noch sehr, 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 sehr spannend werden. Und auch überhaupt nicht einfach werden, da dann am Ende noch gegen Volga vorzugehen, ohne überhaupt zu sterben. Glaube ich wirklich, also, da habe ich schon Angst davor. Hei, 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 so. Gut, ähm, einer der feindlichen Truppen wird gegen König Daphnis. Okay, König Daphnis darf offenbar nicht sterben. Äh, und, äh, das, ja, da oben ist es auch schon bei dem. Ist auch schon irgendwer hingelaufen. Das gefällt mir jetzt, und der schon im Bedrängnis. Halleluja, okay, ja, dann soll ich mich vereinen, auf jeden Fall. Und schnellstens ihm aushelfen. Der Feinde ist stark, ja, das ist, äh, in der Tat, ja. Wahre Worte, oh mein Gott. Ja, ach, du heilige Scheiße. Okay. Holy, 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 holy. Machen wir erst mal einen Spezialangriff. Ähm, es ist natürlich wieder sehr blöd, dass ich jetzt hier wieder keine Feenmagie habe. Denn die wäre hier auch wieder absolut zwei K.O.s. The fuck? Zwei K.O.s? Touchscreen kriegt dich ein. Touchscreen, hallo? Anzeigen. Danke. Ja, ne, immer noch nicht. Ah, keine Ahnung. Ja, der springt gerade rum, weil hier viel zu viel los ist einfach. Ah, scheiße. Weil hier aber viel zu viel los ist, äh, auf dem Bildschirm. Ja, hier wäre jetzt eigentlich Magie echt cool. Ich gehe mal kurz hier weg, weil es, genau, hier oben sind auch noch Gräser, genau. Hier sind halt gleich in der Nähe Gräser. Jetzt bitte spiel, danke. Okay. So, ich will am besten aber so einsetzen, dass ich nicht nur König Dardos und die Kollegen hier treffe, sondern auch noch Darunia natürlich. Dass ich die dann gleich nicht zweimal einsetzen muss, sondern hier beide treffe. Sprich, so. Ahm. Okay, ich habe jetzt gar nicht geguckt, wie viele Gegner das jetzt waren. Aber schon einige, glaube ich, ja, 322. Das ist in Ordnung, auf jeden Fall. So. Und die eine wurde auch zerschlagen. Jetzt irgendwie spinnt der Touchscreen jetzt wirklich völlig komplett rum. Weil ich einfach viel, ja komm jetzt, weil hier einfach viel zu viel los ist auf dem, äh, nicht auf dem Touchscreen, sondern auf dem Topscreen. Und das war es übrigens. Ich habe Arang, können wir knicken. Aber wie gesagt, das ist mir auch völlig wurscht, weil hier von Anfang an, das war schon, also nicht von Anfang an, aber nach den ersten paar, also nach der ersten Minute oder so, wo ich dann gegen Darunia, ja, Tingle ist auch gerade am Ausrasten, können wir links oben gehen. Ach, schön. Auf jeden Fall, wo ich dann gegen Darunia gekämpft habe, habe ich schon gemerkt, ja, hier in der Mission, Arang wird es sehr schwierig werden. Und dann spätestens, wo ich bemerkt habe, dass ich noch gegen Horror-Kit kämpfen muss und, dass der feindliche Feldmarschall Volga ist, da haben wir dann klar, nee, das können wir völlig vergessen. Ich spiele es auch gar nicht mehr, ich stelle mich jetzt gar nicht mehr so sehr an. Den Demission, weil Arang, wie gesagt, können wir eh knicken. Und ich hole dann die Mission einfach nach mit, äh, mit Link. Und den Master-Swert, weil der packt das auf jeden Fall hier. Das dürfte ein leichtes für ihn sein, hier einen Arang zu bekommen. Ist ja auch nicht schlimm, denn ich kann ja das Ganze einfach mit Link noch nachholen. Ich kriege jetzt mega viel Schaden, ich weiß. Aber ist mir jetzt, wie gesagt, auch ziemlich egal. Auf jeden Fall, ich kann ja einfach die Mission mit Link, äh, nachholen mit dem Master-Swert. Ist kein Problem, denn es ist ja nicht so, dass Tingle hier für den Arang etwas bekommen kann. Er kann ja nur einen Herzkontäne bekommen. Und den habe ich ja schon gefunden. Äh, habe ich doch, ne? Ja, habe ich, ja genau, habe ich schon, passt alles. Habe ich schon mitgenommen, genau, war ja da unten in der Festung, richtig. Und dementsprechend, ich kann ja einfach den Arang mit, äh, mit Link auch nachholen, das ist kein Problem. So. Jetzt erstmal Skulltula. Wo ist denn die? Ähm, ich gehe mal kurz hier in die Mitte. Und schauen mal, ob ich sie hier irgendwo finden kann. Vielleicht jetzt bei dem Gang hier gleich, oder wie. Aber hier ist, glaube ich, ist hier die Skulltula? Kann die hier überhaupt auftauchen? Ich weiß nicht genau. Äh, ich gehe jetzt mal nach oben. In der Festung hier vielleicht. Äh, ja, ich komme mir näher. Ich glaube hier irgendwo wahrscheinlich, oder? Hier in der Ecke. Ja, okay, hier klebt sie an der Wand. Okay, gut. So. Ähm. Ja, eigentlich, warte mal, ich will mal kurz gucken, wer noch der andere Typ hier ist. Ist es auch einfach ein Feueraralfers wieder? Äh, das ist auch ein Feueraralfers, ja. Ich meine, die Feenmagie wirkt zwar natürlich jetzt gerade da bei der Run, ja. Ja, deswegen ist es vielleicht klüger wäre, jetzt gegen ihn zu kämpfen, während die noch wirkt. Ähm, aber eigentlich will ich jetzt sogar ganz gerne zuerst gegen den anderen Typen kämpfen, weil wenn ich halt jetzt der Runia besiege, dann muss ich halt wieder auf die rechte Seite zurück und dann wieder auf die linke Seite zurück. Und währenddessen ist dann die Feenmagie auch schon wieder abgeklungen. Und dann müsste ich sie eher ein zweites Mal einsetzen, um noch gegen, äh, gegen Volga noch einigermaßen Chancen zu haben. Deswegen gehe ich jetzt einfach gleich zuerst auf die rechte Seite und besiege zuerst den Feueraralfers, äh, weil ich mir dann zumindest noch minimal Weg vielleicht spare. Ja, auch nicht wirklich viel Weg, ja, keine Ahnung, ich weiß nicht genau. Ich gehe jetzt einfach zuerst hier und das ist eigentlich ziemlich egal, worum ich das mache, ob ich zuerst zu der Runia gehe. Oder zuerst im Feueraralfers kommt eigentlich aufs Gleiche hinaus, so ungefähr, deswegen, das passt schon. So. Und ja, wie viel habe ich jetzt schon genommen? 7300 sogar schon. Und wie gesagt, also ab, also ab den 4000 Schaden, wo ich die überschritten habe, war es mir auch völlig egal, wie viel Schaden ich noch nehme, ehrlich gesagt. Äh, deswegen, ne, deswegen, das ist nochmal ein bisschen mehr als normalerweise, wenn ich mir jetzt angestrengt hätte, wären wir jetzt vielleicht erst bei 5000 bis 6000 oder sowas, keine Ahnung. Aber dennoch ist es viel zu viel und hier den A-Rang mit Tingle zu bekommen, wie gesagt, mit nur Stufe 50, was jetzt nicht so mega wenig ist, finde ich eigentlich, aber ist offenbar zu wenig für das Spiel. Und auch mit der schlechten Waffe ist man natürlich sagen, die Waffe ist sehr schlecht von Tingle, klar. Damit ist es offenbar hier nicht wirklich gut möglich, in der Mission den A-Rang zu kriegen, außer ich würde jetzt irgendwie den Itemstärkungstrang benutzen, natürlich. Und ständig mit Power-Up-Bogen durch die Gegend latschen und alle kaputtschießen. Das wäre natürlich auch noch eine Option, aber das ist ja auch ein bisschen blöd irgendwie, das haben wir schon bei der Wii U häufig genug gesehen, das muss jetzt auch nicht hier beim 3DS wieder so ausatmen. Vielleicht später bei den späteren DLCs werden die dann doch noch ähnlich schwierig werden, wie halt auch die späteren DLCs von der Wii U-Variante, sprich der Thunderfunk-DLC und der Majora's Mars-DLC. Wenn dann hier die späteren, also sprich der Phantom-Auer-Glas- und Spirit-Tracks-DLC und der Link-Between-Worlds-DLC, wenn die auch noch solche Ausmaße annehmen werden, werde ich vielleicht auch hier bei Hyper-Warriors Legends häufiger zum Itemstärkungstrang greifen müssen, bisher aber ja noch nicht wirklich, bisher ist ja noch wirklich alles in Ordnung. Und die Mission hier kann ich ja ganz einfach mit Link nachholen, deswegen ist das auch kein Problem, dass ich ihn auch nicht benutzen, deswegen, das passt alles. Und übrigens, Manhandler nervt er hier in der Mission auch noch, wo ist denn der eigentlich? Rechts unten ist wahrscheinlich ein Tentakel, würde ich mal sagen, oder vielleicht auch beide, keine Ahnung. Auf jeden Fall, Manhandler nervt auch noch ein bombardiertes Schlachtfeld, Hauptquartier nicht, aber wir haben auch gar keine Hauptquartier, fällt mir gerade auf. Aber das Schlachtfeld bombardiert er, wodurch man nochmal ein bisschen mehr Schaden nehmen wird. Das ist zwar nicht wirklich viel, aber die ganze Mission lang macht er das halt schon. Und das rechnet sich halt, man, ich hasse die Attacke. Und das rechnet sich halt alles und dementsprechend, ja, wie gesagt, die Mission hier ist echt ein bisschen gestört, finde ich. Na gut. So, ich habe jetzt einen Schlachtraum abziehen können, ich muss jetzt einen Spezialangriff benutzen, weil ich hasse die Viererkombo von Narunia so sehr, weil das ist nämlich wirklich die Kombo, wo ich das Gefühl habe, dass er die ja mit Abstand am häufigsten macht. Und da können halt viele Charaktere nicht wirklich was gegen ihn machen, weil halt einige Charaktere gar keine Fernangriffe oder keine guten Fernangriffe haben. Und man kann halt nicht zu nah an die Lava ran, deswegen das ist immer ultra... Nervig. Ja, seht ihr? Wie gesagt, die Viererkombo macht er wirklich mit Abstand am häufigsten, weil er genau das weiß, dass es die Spieler total nerven würden, deswegen die setzen er am häufigsten ein, bin mir sicher. Ach man, ey, Narunia, ich hasse dich. So, aber da ist er auch schon tot. Also mit Feenmagie geht es dann doch ein bisschen besser, apropos Feenmagie, die hat alles wieder aufgehört. Aber ich hecke mir die jetzt mal kurz auf, dass ich dann gleich machen kann im feindlichen Haufquartier, wenn es sich auch geöffnet hat, dass ich dann noch ein paar extra Kills obendrauf mitnehmen kann. So, 5er-Kombo ist mir auf jeden Fall lieber. So, also das hier jetzt machen, Ausweich canceln und dann draufhauen. Genau so ging das ja und da kann man hier ganz gut den Schwabchen abziehen. So, bam. Allein schon die Tatsache, dass man bei Tingle solche Tricks anwenden muss, sag ich jetzt mal, also gut, das Ausweich canceln ist jetzt kein so mega-ultra-geheimer Trick oder so, das benutzen viele Spieler, aber einer, der jetzt Hyrule Warriors Legends oder auch Hyrule Warriors zum ersten Mal spielt, der wird diesen Trick hier mit dem Ausweich canceln vielleicht noch nicht so wirklich Intrust haben oder noch gar nicht kennen. Das war zum Beispiel bei mir auch so, wo ich Hyrule Warriors für die Wii U Let's Played habe. Da habe ich zum Beispiel auch die ersten 50 Parts oder so nicht gewusst oder ich bin mir gar nicht sicher, ich glaube sogar noch länger als 50 Parts, habe ich gar nicht gewusst, dass man das Rennen, also das Sprinten auch aktivieren kann, indem man halt einfach ausweicht und den B-Knopf in meinem Fall gedrückt hält. Da habe ich halt immer, wenn ich sprinten wollte, habe ich halt erst hier normal gelaufen und dann hat sich halt irgendwann der Sprint erst aktiviert. Aber dass man halt auch aus dem Stand heraus quasi sprinten kann, das wusste ich noch gar nicht mal, weil ich irgendwie das Ausweichen auch nicht so häufig benutzt habe oder doch habe ich schon. Aber das Ausweich canceln auch nicht so häufig irgendwie, keine Ahnung, deswegen ist schon nicht unwahrscheinlich, dass man das nicht sofort weiß und allein, dass man da so einen quasi, so einen Umweg gehen muss, um bei Tingle überhaupt eine Chance zu haben, einem Gegner den Schwachpunkt abzuziehen, hier mit Ausweich canceln, das macht ihn noch mal viel, viel schlechter, als er eh schon ist und deswegen, na wie gesagt, Tingle, nee, ich mag Tingle einfach nicht, ist mir leid. So, Fehlmagie wieder, genau, dass ich hier gegen Volga ein paar mehr Chancen habe. Wie sieht es mit der Zeit eigentlich aus? Ja, die Zeit, also drei Minuten hätte ich jetzt noch, also angenommen, ich würde noch, ich hätte jetzt noch unter 4000 Schaden aus irgendwelchen Gründen, und dann hätte ich jetzt noch drei Minuten Zeit, was man vielleicht schaffen könnte, aber gegen Volga muss man halt extrem vorsichtig spielen, weil der halt extrem schnelle Ange hat sich super schnell immer, ah, macht einen Spezialange, Frau, das muss man auch mal sehen dürfen, äh, und ich habe es noch nicht mehr geschafft. Ja, der Spezialange von ihm ist auch total beschissen, weil der geht da mega weit nach vorne, der Schwachpunkt bleibt überhaupt nicht lange draußen und deswegen, wie gesagt, Volga ist echt mega, ultra, nervig. Auf jeden Fall, in drei Minuten würde ich es wahrscheinlich nicht mal ganz schaffen, also ich glaube nicht, dass ich das jetzt in drei Minuten hinkriegen werde, den zu besiegen, sogar bei, also vor allem, wenn ich noch unter 4000 hätte, und wenn ich noch, ja genau, und wenn ich noch vorsichtig spielen müsste, dann würde ich es auf gar keinen Fall, glaube ich, schaffen, da jetzt noch seinen Schwachpunkt da, äh, blödsinnig, ich halt noch zu besiegen in drei Minuten, meine ich, würde ich auf gar keinen Fall schaffen, wenn ich noch vorsichtig auch noch spielen müsste, weil Volga halt auch extrem schnelle Angefe hat, und seinen Schwachpunkt abzuziehen ist halt die Hölle, ist es eh schon, und dann mit Tingle ist es nochmal mehr die Hölle, weil, ich meine, wie gesagt, gegen Volga seinen Schwachpunkt abzuziehen, ist so nervig, weil es nur drei Angriffe gibt, wo er seinen Schwachpunkt zeigt, und zwar den wir gerade eben gesehen haben, wo sein Schwachpunkt aber nur mega kurz draußen bleibt, bei seinem starken Angriff, dann bei seiner Drachenkombo, bei seiner Viererkombo, da bleibt der Schwachpunkt relativ lange draußen, aber es ist ein bisschen riskant, weil man da auch so ein bisschen in ihn rein ausweichen muss, äh, weil halt die Schockwelle da auch ziemlich groß ist, wenn er da als Drache aufkommt, auf dem Boden, und bei seinem Spezialangriff hat man auch nur sehr schwierige Chancen, weil sich da auch der Schwachpunkt ziemlich schnell einzieht, und der da sehr weit nach vorne läuft währenddessen, deswegen ist das auch keine so wirklich mega gute Möglichkeit, und wir können auch sehen, dass der Ausweich-Cancel-Trick, äh, mit Tingle hier gegen Volga nicht wirklich klappt, weil Volga halt einer der Charaktere ist, die am sch... die, ja, ja, ähm, also die im Prinzip mit am schnellsten in der Luft wieder ausweichen können, wenn man sie dann gerade versucht zu komboen. Deswegen, das klappt mit Tingle auch nicht wirklich, und dementsprechend, ja, das ist einfach komplett scheiße hier einfach nur. Ehrlich gesagt, also, ja, ich weiß nicht genau, wie ich das hier mit Tingle ernsthafterweise hier schaffen sollte, mit seinem Level und seiner Waffe, das geht einfach nicht, das muss ich dann, wie gesagt, mit Link nachholen, äh, weil das ist echt überhaupt nicht einfach hier, finde ich. Na gut. So, aber ich kann aber kurz überlegen, ob wir ansonsten wenigstens alles mitgenommen haben. Ich meine, die Anzahl der Gegner und die Zeit, das kann mir ja auch ziemlich wurscht sein, und, äh, äh, ja, 8400 Charme haben wir jetzt sogar genommen. Und übrigens natürlich, hier schaffe ich es jetzt schon in unter 3 Minuten, oder also halt in unter 15 Minuten noch insgesamt. Aber wie gesagt, wenn ich halt jetzt noch vorsichtig spielen müsste, dass ich eben nicht jetzt noch im Kampf gegen Volga so mega viel auf die Fresse bekomme, dann würde ich es vielleicht nicht mehr in 3 Minuten rechtzeitig schaffen. Keine Ahnung. Oder halt dann insgesamt nur unter 15 Minuten. Aber vielleicht ist ja eh hier wieder... 20 Minuten kann auch sein, das sind ja meistens 20 Minuten in Abenteuer schlachten, auf dem normalen 3, der ist zumindest. Auf dem Juh nicht, aber auf dem normalen eben schon. Keine Ahnung, weiß nicht genau. Ja, das klappt hier nicht, das Ausweich canceln. Weil er einfach zu schnell ist, der gute Volga. Ja, das ist echt blöd. Einfach nur blöd. So, Spezialangriff. Yay! Und er ist tot. So, genau. Ich wollte gerade eben noch sagen, dass ich noch mal überlegen wollte, ob wir alles mitgenommen haben. Äh, jetzt habe ich natürlich ihn erst besiegt, und dann überlege ich es mir. Aber es passt, glaube ich, schon alles. Denn Herzcontainer haben wir mitgenommen. Ähm, und auch die Skulltula haben wir mitgenommen, genau. Und die zweite Skulltula hole ich dann noch mal nach. Und mir fällt auch gerade übrigens auf, dass es eh überhaupt gar kein Problem ist, dass ich hier den Arang nicht bekommen habe. Denn ich muss die Missioner eh ein zweites Mal spielen, wegen der Skulltula. Und dementsprechend macht es gar nichts, dass ich dann das noch mal schaffen muss. Und dann mal eben noch den Arang holen muss. Und wie gesagt, das werde ich dann auf jeden Fall mit Link und dem Master Shred machen. Denn immer, wenn ich irgendwas nachholen muss, auch in einfachen Missionen, wenn ich auch in einfachen Missionen eine zweite Skulltula nachholen muss, oder so, nehme ich auch immer Link. Weil es halt mit ihm am chilligsten geht, und weil er immer noch mein Lieblingscharakter ist. Weil ich es liebe, mit ihm abzugehen. Und dementsprechend, die werde ich auf jeden Fall auch mit Link, äh, ja, plötzlich nicht mit Link, sondern mit Link daneben machen. Okay. Ja, mein lieber, äh, ja, mein lieber Tingel, das war jetzt irgendwie, äh, nix, muss ich ehrlicherweise dazugeben. Leider nur ein B-Rang natürlich. Ja, wegen viel zu viel Schaden. Der Rest hat sogar gepasst, aber der Schaden so überhaupt nicht, weil Volga am Ende, wie gesagt, und da ruhen ja, und Towerkit noch, und die anderen Gegner haben ja auch mega viel Schaden gemacht. Also, nee. Nee, 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 nee. Das, äh, war jetzt nicht ganz möglich für mich hier mit meinem Tingel. Naja. So, auf jeden Fall. Was werfe ich denn hier weg? Äh, der Rubin-Bonus hat ihr sehr häufig hier auf einzelnen Dingern. Vor allem, deswegen kann ich auf jeden Fall einen wegwerfen und den Bären. Das passt. Dieser Tingel hat, glaube ich, noch ein bisschen mehr Quatsch auf jeden Fall, den ich wegwerfen kann. Der hier hat, ja, der geht vielleicht so irgendwie. Da haben wir noch andere, die schlecht das nicht. Kann man hier zum Beispiel den wegwerfen, das passt schon. Und, äh, den leeren auch. Okay. So, wir kriegen noch Horrorkids Hut, dann Monsterhörner, Steinbossbindschild, Derunjas Borsten, Volgas Helm, Hydeanischen Handschuh, Flammenbandage, Feuer, Aralfusleder, Aralfusleder und Soldatenuniform. Wenigstens einige Materialien haben wir mitnehmen können und einen Arcanumkern. Wenn schon kein Arang, dann wenigstens einige Materialien. Und rechts unten bei den ganzen Bösen können wir ein bisschen mehr sehen und da ist jetzt auch dann der Massenkönig ein bisschen mehr zu sehen. Okay. Und ein neues Kostüm. Doch, für Tingle ist es eins. Okay, für Tingle ist, äh, haben wir halt das Standard-Awakening-Kostüm freigeschaltet. Okay, ja, Tingle kam in Link's Awakening nicht vor. Deswegen, äh, vielleicht ist es da, ja, vielleicht ist es auch nicht angespielt an Link's Awakening, dann ein Charakter daraus, keine Ahnung. Weiß ich nicht genau. Werden wir schon mal irgendwann sehen. Wenn ich dann nochmal irgendwann ihn nehmen werde und wir dann sein Kostüm etwas genauer begutachten können. Okay. So. Hat es auch ziemlich lange gedauert, die Mission. Ähm, Hallöchen übrigens, Kartonox oder sowas. Ähm, hat ziemlich lange gedauert. Deswegen können wir jetzt vielleicht noch die Mission hier spielen, weil das ist ja eine große Fusion, genau. Und die gehen ja immer etwas schneller mit Tuning, das Ganze. Die können zwar vielleicht auch schon ein bisschen dauern, wenn die ganzen Gegner zu viel aushalten, aber die gehen normalerweise schneller als alle Karten neu gemischt, habe ich den Eindruck. Die große Fusion mit Tuning eben, das Ganze. Und, ja, machen wir noch schnell. Da habe ich noch Bock drauf, auf jeden Fall, dass wir jetzt da noch ein bisschen weitermachen können. Ist, glaube ich, ganz cool. So. Äh, da ist er. Hallöchen, Tuning. Auch auf Stufe 50 natürlich eben. Hat er überhaupt schon eine Stufe 2-Schwert? Er hat noch gar keine Stufe 2-Schwert. Okay, seine Stufe 2-Schwert hat er noch gar nicht bekommen. Okay. Die muss ich jetzt noch auf der Windwecker-Karte freispielen, offenbar. Na gut. Äh, auf jeden Fall. Äh, Nahrung Plus hat er hier. Oder Erfahrung Plus. Dann Material hat er nirgendwo, ne? Dann nehme ich Nahrung Plus. Okay. Und, äh, hier natürlich wieder mal Herder. Wie sollte es auch anders sein. So. Dann hoffen wir jetzt mal, dass wir jetzt die Mission noch einigermaßen schnell abschließen dürfen. Aber wie gesagt, die große Fusion geht eigentlich immer einigermaßen schnell und ist auch meistens nicht so schwierig. Äh, aber, ja, aber man kann nie wissen. Vielleicht ist es ja doch hier jetzt ein bisschen schwieriger. Denn offen war es in den Missionen rechts unten, wo wir uns gerade befinden. Nicht so einfach. Es gibt auch wieder vier Gegner, die wir besiegen müssen. Wir gucken mal. So. Und vielleicht werde ich es jetzt sogar hier mal so machen. Ich kann mal kurz gucken, wie viel Schaden die Gegner nehmen. Und dementsprechend werde ich es dann davon abhängig machen. Ähm, ob ich auch zuerst wieder die Dunkeltypen mit Absicht besiege, ähm, um halt ein paar weitere Erfahrungspunkte und Materialien und so weiter zu bekommen. Oder ob ich doch nur auf die Anführer gehen sollte. Und die nehmen so einigermaßen viel Schaden. Ist nicht mega viel, aber es geht sogar eigentlich. Das ist jetzt nicht mega wenig auf jeden Fall. Deswegen kann ich mir auf jeden Fall erlauben, würde ich mal sagen. Bei den meisten, dass ich zuerst mal versuche, auch die Dunkeltypen zu besiegen. Um eben, wie gesagt, ein paar weitere Erfahrungspunkte und Materialien und auch Waffen und so weiter abzustauben. Ist, glaube ich, nicht verkehrt. Und dann eben erst am Ende auf die Anführer zu gehen. Also eigentlich soll man es anders machen. Eigentlich soll man nur auf die Anführer gehen, so ungefähr. Aber man kann halt auch... Na, 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 übrigens. Aber man kann halt auch zuerst auf die Dunkelgegner gehen, um halt ein paar weitere Boni zu bekommen. Und das mache ich, glaube ich, auch hier. Ist, glaube ich, echt nicht verkehrt. Äh, was auch nicht verkehrt wäre. Warum sind hier drei Magi einfach mal? Was zum Teufel? Warum stehen hier drei Magi an einem Fleck? Was können denn die Magi überhaupt nicht? Die wollen Monster beschwören. Okay. Ja, keine Ahnung, warum die jetzt da drei auf einmal dafür brauchten. Warum nicht einer gereicht hätte. Keine Ahnung. Naja, was soll's. Yeah. Da waren übrigens einige weitere Forskzahlen, habe ich gesehen. Die ich haben will. Komm mal her damit. Yeah, ist ja schön. Okay. So. Und jetzt werde ich aber dann, glaube ich, doch eher auf den Anführer hier gehen. Weil jetzt noch diesen einzelnen Nachtschwimmer dazu besiegen, den Dunkel... Habe ich jetzt, glaube ich, auch nicht mehr Bock. Vielleicht kann ich jetzt sogar beide einfach so ein bisschen gleichzeitig besiegen. Das wäre ja ganz cool. Jetzt werde ich halt den... Also ich gehe jetzt eher primär auf den Anführer. Nja, bam. Ich gehe jetzt eher primär auf den Anführer. Aber vielleicht kann ich ja nebenbei den Dunkeltypen noch so ein bisschen killen. Das wäre vielleicht auch keine verkehrte Idee. Mit Spezialangriffen, wo ich halt beide treffe. So zum Beispiel, dass ich halt vorher noch den Dunkeltypen auch besiegen kann. Ist, glaube ich, echt nicht verkehrt. So. Bam. Und ich will dann, wie gesagt, auf jeden Fall gleich Feenmagie einsetzen. Ich will Feenmagie auf jeden Fall da auf der rechten Seite einsetzen. Weil ich nämlich dann dort, wenn es ganz gut schaffen kann, dass ich beide Gegner, Horben gleichzeitig treffe mit der Feenmagie. Und dann eben mit einer einzigen Feenmagie beiden Anführern oder auch den Dunkeltypen, die da stehen, mehr Schaden machen kann. Bei dem linken bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, ob ich jetzt da sogar dann auch gleich Feenmagie... Wow. Was Teufel. Ob ich dann da gleich auch Feenmagie sogar einsetzen will. Es kommt darauf an, wie viel Magie ich jetzt dann gleich noch finden werde. Wenn ich jetzt auf dem Weg noch einiges an Magie finden kann, dann kann ich es auch auf der linken Seite einsetzen, weil ich dann noch genügend haben sollte, um es auch auf der rechten zu benutzen. Das dürfte dann schon passen. Ich schau jetzt mal kurz, wie viel ich hier in den Büschen noch finden kann. Da kommt mir dann mal ein Dunkeltyp entgegen. Äh, okay. Wie viel kann ich hier noch finden? Viel oder wenig? Äh, jetzt habe ich wieder was gefunden. Ja. Ich glaube, es dürfte normalerweise ausreichen. Und hier sind auch Schildmobens, die nervig sind. Deswegen, ja, ich setze mal auch hier ein. Das geht schon in Ordnung. Ich hoffe einfach mal, dass ich jetzt dann gleich da auf der rechten Seite auch wieder Feenmagie... Oder halt Feenmagie, aber halt Magie im Allgemeinen bekommen kann. Um dann eben auch dort wieder... Ja, hier sind auch wieder einige Flaschen, ja. Um dann auch dort wieder Feenmagie einsetzen zu können. Aber schaffen wir auf jeden Fall. Das sollte kein Problem sein. Ja! Bam! So, du bist noch nicht fusioniert, mein Lieber, denn du bist noch nicht größer geworden. Äh, aber einer hat die Fusion beendet. Dort auf der rechten Seite irgendeiner, keine Ahnung. Äh, wo sind denn eigentlich deine Dunkelkollegen, frage ich mich gerade. Weil ich würde eigentlich ganz gerne die auch noch vielleicht besiegen wollen. Wo sind die? Oder habe ich die... Ja, vielleicht habe ich die auch gerade alle mit der Feenmagie schon umgebracht. Das kann sogar sein, dass die jetzt schon alle umgebracht haben. Weil ansonsten würde die ja beide stehen. Ich glaube, ich habe sie sogar wirklich umgebracht mit der Feenmagie gerade eben. Weil die davor offenbar auch schon ein bisschen was an Schaden genommen haben oder so, keine Ahnung. Aber die sind offenbar schon alle tot. Ist auch ganz interessant. Aber na gut, ich will ihn nicht besperren. Ich habe halt nur noch den Anführer hier, ist auch in Ordnung. So, wieder ein schwachender Angriff. Ja, bam! Okay. Dann nochmal einen Spezialangriff. Und jetzt haben wir nochmal getroffen, der Arsch. Wie sieht es mit dem Schaden aus? Okay, 1100. Also ich habe sogar gedacht, es wäre schon mehr. Aber das geht noch voll in Ordnung. So, auch der ist tot. Und einer von den anderen Typen kam ja zu mir her. Oder kommt gerade zu mir her. Ich glaube, ich will sogar ehrlich gesagt eher... Ähm, wer ist denn das eigentlich? Das ist ein Stahlmeister. Ich will sogar, glaube ich, den in Ruhe lassen. Und erstmal versuchen noch zu den anderen Typen zu gehen. Ich glaube, die anderen sind Gyptos, habe ich gerade eben lesen dürfen. Und der Gypto will eben jetzt dann als nächster auch natürlich eine Fusion vollziehen. Und wenn ich halt jetzt gegen den Stahlmeister kämpfe, dann will es noch ein bisschen dauern, bis ich den dann letztendlich besiegen kann. Und währenddessen können dann die anderen schon fusionieren. Dann muss ich dann nochmal gegen einen weiteren großen Gegner kämpfen. Und vor allem gehen mir die ganzen Dunkelgegner durch die Lappen. Äh, von denen ich ja eben noch ein paar Boni haben will. Und deswegen gehe ich jetzt, glaube ich, zuerst mal zu denen. Ich bin übrigens sehr schlecht gelaufen. Ich hätte einfach oben rum gehen sollen, nicht unten rum. Das war sehr blöd von mir, weil jetzt muss ich ja einen ewig, ewig langen Umweg hier gehen, um überhaupt mal zu den Gyptos hinkommen zu können. Und hier auf dem Weg finde ich jetzt übrigens gar keine Magie mehr, so ungefähr. Also ich habe Glück, dass ich jetzt vorhin auf der linken Seite noch genügend gefunden habe, um die Feenmagie noch einsetzen zu können. Weil hier ist jetzt gar keine mehr. Das ist echt schlimm. Okay, ich würde mal trotzdem ganz gerne wieder ein bisschen mehr finden. Weil, ja, hier ist es wieder ein bisschen. Was, ich setze erstmal hier ein. Ich würde noch ganz gerne ein bisschen mehr finden. Weil ich nämlich ganz gerne dann natürlich dort auf der linken Seite, oder halt links unten bei dem anderen Typen, also bei dem Stahlmeister, der schon fusioniert ist. Weil ich bei dem natürlich dann auch ganz gerne, logischerweise, die Feenmagie einsetzen wollen würde, um einfacher gegen ihn vorgehen zu können. Denn so wird er bestimmt einiges aushalten, glaube ich jetzt mal. Er macht einen Angriff übrigens. Sollen wir mal das hier. Sehr schön. Okay. Und wie gesagt, ich würde auch hier wieder kurz die dunklen Typen alle besiegen. Ja! Bam! Um mir mal ein paar weitere Sachen, Goodies, geschenkt zu bekommen. Von dem Bein habe ich zum Beispiel Magie bekommen. Bisschen und bronzende Materialien immer. Silberne wären zwar besser natürlich, oder Nahrung wäre sogar noch besser oder sowas. Aber ist auch so in Ordnung. Und vor allem die Magie war natürlich schön, dass die mir die gegeben haben. Weil ich eben dann hoffentlich gleich schon wieder genügend haben dürfte. Jetzt konnte er doch noch fusionieren, dein Ernst. Obwohl, ich habe die doch schon alle umgebracht gehabt. Die waren doch schon alle tot. Warum konnte er noch fusionieren? Ja! Bam! Keine Ahnung. Naja. Aber er hält trotzdem auch gar nicht mal so mega viel aus. Das war jetzt auch nicht... Ja, aufpassen. Das war jetzt eigentlich mega viel, was er aushält, aber mega wenig auch nicht. Hat der Satz jetzt Sinn gemacht? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, es geht... Ich bin noch ausgeweichen. Komm. Es geht einigermaßen, der Schaden, den wir eben machen. Deswegen, ja, das sollten wir schon hinbekommen. Einigermaßen passt schon. So, und ich habe eben wieder genügend Feenmagie, wie gesagt. Oder halt genügend Magie, um Feenmagie einsetzen zu können. Die ich dann gleich da links unten bei dem Stahlmeister benutzen kann, was mir ganz recht ist. Ja! Bam! So, ein bisschen drauf an auf den Guten. Jetzt ein bisschen der Luft hin und her schunglieren, was man ja nicht einfach schaffen kann. Bei den ganzen Gyptos immer. Aber diesmal jetzt schon. Und, ja, aufpassen. Okay, er kraft wieder an. Mit seinem Spezialangriff kann man gerne machen. Kann ich ihn hier schön verprügeln. So. Nehmen wir das hier. Megawirbelattacke! Yay! Sehr schön. Oder Riesenwirbelattacke, wie auch immer. Gut. Besiegt. So, sehr schön. Und warum ist jetzt eigentlich hier... Hä? Warum ist der jetzt hier gestorben? Habe ich den... Okay. Der ist jetzt hier gestorben. Habe ich den jetzt bis hier hingeprügelt oder wie? Habe ich jetzt gar nicht gesehen irgendwie. Keine Ahnung. Egal. Auf jeden Fall zu dem Stahlmeister. Der bekämpft sich da gerade schon mit Link. Vielleicht hat sogar Link ihm schon ein bisschen was an Schaden machen können. Jetzt ist er auf jeden Fall im Bedrängnis, der gute Link. Na gut. Ja, dann werde ich mal helfen. Ja, ne, okay. Nicht wirklich. Also Link ist da ziemlich hoffnungslos verloren gegen den Stahlmeister. Der kann ja nicht wirklich viel anstellen gegen den. Aber ich werde dir aushelfen, mein lieber Link. Denn ich werde da jetzt hoffentlich mehr gegen den anstellen können. Gegen den Stahlmeister hier. So. Bisschen verwirren. Ja! Bam! Yay! Er nimmt aber ziemlich viel Schaden. Mach ein weiteres Mal, dann dürfte er eh schon sterben. Moment. Ja! Bam! Yay! Es macht so viel Spaß, das immer nachzumachen. Ich weiß eigentlich wieso. Das ist so cool einfach nur. Ich liebe es. Sehr schön. Ja, das war jetzt auch wieder ganz, ganz cool. Jetzt habe ich cool und schön gemixt und schul kam raus. Oder habe ich gerade schul gesagt? Ich glaube schon. Ja, das ist so schlimm einfach nur. Meine blöden Wortkombinationen immer. Warum mache ich das immer? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall. Wir kriegen hier... Äh, was gab es denn eigentlich? Einen Herzcontainer, glaube ich einfach, ne? Ich glaube schon. Da-da-da-dum! Ja, ja, ein Herzcontainer. Okay. So, und die Mission hat sogar dann doch sogar ein kleines, kleines bisschen... Was hat ein Tooling jetzt? Ah, Tooling dirigiert ein bisschen. Cool. Sehr schön. Auf jeden Fall hat es doch ein kleines bisschen länger sogar gedauert, als ich eingangs vielleicht dachte. Aber ist ja trotzdem noch alles voll im Rahmen. Die Gegner haben halt schon nicht wenig ausgehalten. Kann man schon sagen. Aber ist ja noch alles im Rahmen, wie gesagt. Voll in Ordnung. Okay. So, zumindest die zweite Mission war erfolgreich. Die erste mit Tingle, ja, eher weniger. Aber zumindest ist ja die zweite mit Tooling, haben wir sehr erfolgreich bestritten mit nur 1.100 Schaden. Also ich habe nur am Anfang Schaden genommen, dann am Ende gar nicht mehr. Weil zwischen drin habe ich ja mal geschaut. Und da war es ja auch schon auf 1.100. Und dann am Ende habe ich quasi gar keinen Schaden mehr genommen. Okay, cool. So, auf jeden Fall. Äh, Lana. Äh, ja, den Standard-Mis. Ja gut, das ist kein wirklich Standard-Mis, der hat vier Sterne, ne? Ähm, aber trotzdem. Habe ich schon eine andere Stufe 2 mit vier Sterne? Habe ich schon, ja. Ich gehe mit Nahrung Plus zum Beispiel auch. Ja, dann kann ich den wegwerfen. Passt schon. So, was hat er bekommen? Er hat das hier bekommen. Ähm, ja, Sockelbonus brauche ich jetzt nicht. Und der starke Angriff ist zwar ganz gut von Gendor, von dem Breitschwert, aber trotzdem passt schon. Und ja, Sockel, hier versiegelte Fähigkeit. Ja, aber eher dann Sockelbonus werfe ich weg. Und hier den leeren. Kann ich auch wegwerfen. Okay. Wir kriegen noch Moblin-Sperr, Frost-Issent, Stahlmesser-Knochen und Gyptobandagen. Und auch Einschimmelpilz. So. Dann würde ich also sagen, Leute, war es jetzt erstmal für diesen Part von Let's Play Hybrid Warriors Legends hier beim Link's Awakening DLC. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, könnt ihr auch noch gerne einen Daumen hoch geben oder auch einen Kommentar schreiben. Und wenn es euch ganz gut gefallen hat, könnt ihr auch noch gerne meinen Kanal abonnieren. Und dann hoffe ich beim nächsten Mal wieder einschalten, wenn es dann hier weitergeht. Ich glaube übrigens, dass sogar das hier ist wieder ein neuer Dungeon. Ja, genau. Bessiege das Riesenmonster in der Grotte. Denn hier kriegen wir auch wieder ein komplett neues Instrument, eine Triangel. Und das war auch wieder ein Ort, wo es in Link's Awakening einen Dungeon gab. Ich habe jetzt keine Ahnung mehr welchen, aber ich glaube, ich denke mal einen der späteren auf jeden Fall. Vielleicht den siebten oder also den achten, wo der achte ist, weiß ich noch ungefähr. Der ist irgendwo im Taltal gebirgelt, glaube ich. Also irgendwo im Norden. Vielleicht ist es dann hier der siebte oder der sechste oder irgendwie sowas. Vielleicht. Bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall. Können wir das dann vielleicht mal demnächst machen. Oder halt, was wir auch machen könnten, ist eben, dass wir uns hier den Weg bahnen zu Link's Stufe 4 Mission oder so. Das können wir vielleicht auch machen. Also wo wir die Stufe 4 Stiefel für sie bekommen. Dann eben die Pegasus Stiefel Plus. Wäre vielleicht auch keine verkehrte Idee. Einfach mal wieder schauen, ne? Okay. Also dann, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.